Wer immer ihr seid, fürchtet euch! Zittert vor Furcht! Es gibt keinen Mut ohne Angst. Kein Gut ohne Böse. Keine Helden ohne Helfer. Wenn das Böse das Universum bedroht, müssen sich Feinde verbünden. Denn das Unbesiegbare lässt sich nur mit dem ultimativen Team besiegen. Batman, genau das ist auch mit dir passiert. Wenn wir einen vollständigen Kristall hätten, könnten wir mithilfe der Lantern die Erde wiederherstellen. Er zittert vor der Maschine eurer Zerstörung, Erdlinge! Lego Batman 3. Jenseits von Gotham. Green Lantern. Er lebt! Oh ja, ich bin so froh, dass er am Leben ist. Umarmung gefällig? Was ist denn mit allen los? Lange Geschichte.